Die Jungs waren schon so gut wie tot und trotzdem... 1, 2, 1, Sie verstehen, einfach nicht wie ein Soldat siegt. Siegt? Bargrim, Gunfighter 06, Einsatzziel wirklich gesichert. Sieht aus, als kämen unsere Jungs da raus. AFO Wolfpack meldet Mörsabstellungen auf dem Wagen. Wir sind bereit, die Ziele zu lokalisieren und anzugreifen. Gunfighter 06, Bargrim, bestätige. Unterwegs zum Wagen. Wann treffen Sie ein? Bargrim in 30 Sekunden. Gunfighter 06, roger. Er kann die Ziele identifizieren. Enter versorgt Sie mit Informationen über die Sichtverbindung. Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es weiter mit Medal of Honor. Und wir können hier schon schießen, sehr geil. 30 mm ist einsatzbereit. Und zwar setzen wir heute im Flugzeug drin. Wir müssen, glaube ich, von oben das ein oder andere aufräumen. So, R2 für Rakete. Zack, ich habe gerade gedacht, ich treffe meinen Kollegen, aber das passt. Das hat funktioniert. Aber das ist auch mal eine gute Abwechslung, weil sonst bist du ja immer am Boden. So, jetzt pass auf. Jetzt müssen wir uns kurz konzentrieren. Das sind nämlich auf jeden Fall unsere Gegner. Moment, was macht der Kerl da? Wo geht der hin? 1-1, man im Auge behalten. 06, sicher die Position für Sie markieren. Moment, Moment. Das ist eine Akra. Die Kerle sind bewaffnet. 1-1, haben Sie eine Waffe gesehen? Bestätigen. Bestätige, er hatte eine Waffe. Das sind böse Jungs. Ruf Park 1, Ganzweiter 06. Wir sehen bewaffnete Personen bei 1-7, 1-9, 1-6. Los, los, schalten wir sie aus. Ah, komm, jetzt schieße ich. Oder? Gunfighter 06, Panzer. Das verkehrt nur gar nicht. Sie haben Freigabe zum Angriff. Keine Verbündeten in der Gegend. Weit mal teil. Okay, ich darf jetzt schießen. Feuer, Feuer, Feuer. So, zack. 2-1, der Unart. Zack, 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 zack. Ah und da. Ah und hierfür brauche ich dann die andere. Zack. Hier weg. Die hat sich jetzt aber gut weggeschlagen. So, jetzt pass auf. Was muss ich jetzt hier machen? Bestimmt das kaputt machen. Aber so geht das ja nicht kaputt. Da kommen nochmal welche. Ah, wie ist die gleich hochjagt? Voll geil. Ah, hier mit der Rakete. Ja. Okay, dann heißt es, ich kann die auch gleich mit der Rakete töten. Nur zwei Stück. Hier schieße ich jetzt halt nochmal kurz so. Zack. Und dann hier mit der Rakete nochmal reinbomben. Dann sind sie auf jeden Fall komplett tot. Zack. Perfekt. So, ein Ziel habe ich noch. Hier unten. Schieße ich auch nochmal. Zack. Den Posch auch gar nicht wegrennen. Zack. Die kann ich auch noch töten. Jetzt die Rakete wieder rein. Rakete abgeschafft. Und bumm. So schnell geht das. Wargum, Gunfighter 06. BDA voll. Etwa zwei Dutzendfeinde und drei Börse ausgeschaltet. Gunfighter 06, Mission ausgeführt. Gehen Sie jetzt auf Kurs 280. Wargum, gehen auf. Hey, was war das? Gunfighter 1, 1, haben Sie das zufrieden? 06-feindliches Ziel. Ich mische Einheit Richtung Nordost. Und Sie sollen es eigentlich zu haben. Scheiße sind nicht in Reichweite. Ich bin nicht in Reichweite. Ich bin nicht in Reichweite. Ich bin nicht in Reichweite. Gunfighter 1, 1, melde mich von Terzab. Wargum, ziehen Sie Fahrzeuge bei unseren Koordinaten. Gunfighter 06, bestätige. Wir haben drei LKW. Sie fahren in Richtung eines Dorsen-Zweiglings nördlich von Babukälen. Das sind unsere Ziele. Gunfighter 06, Aufklärung sagt, Bord ist leer. Aber Predator hat Waffen in den Fahrzeugen ausgemacht. Sie haben Freigabe zum Angriff. Wargum, verstanden. 1, 1, wir machen Sie. Richtig durch, 0, 2, 0, 3. Niedrig, Niedrig, 1, 2, 0, 3, bestätige. Revision. Feind, drei LKW unterliegt sofort im Westen des Dorfes. 1, 1, Ward auf dem Weißiger. Wir haben bestätigte Waffen auf den Landen. Wissen der LKW. Jetzt wird es laut. 06, Roger. Jetzt locken Sie statt. Ganz heißer als 1, Feuer mit dem 30 Millimeter. So, und zack. So, die gleich hochjagen. Säuber wird das Dorf. Also das heißt, wir müssen jetzt hier alles zerstören, sodass kein einziger Gegner mehr überleben kann. So, dann hier rennt der Nächste. Zack, hier mal. Ah, jetzt pass auf, wenn ich so Rakete nehme. Ah, dann gehen die komplette Gebäude kaputt. Das ist ja auch nicht schlecht. Aber dann kann ich nämlich gleich die komplette Gebäude kaputt machen, bevor ich da lang bloß mit einer kleinen Kugel rumschieße. Jawohl, dann kann ich nämlich gleich alles zu Bomben, sonst sind sie auf jeden Fall tot. Zack, bloß. Na doch, jetzt sehe ich wieder was. Bloß, wenn da beide schießen und es dann hoch geht, dann siehst du immer mal kurz nichts. Ah, das kriegen wir hin. So, perfekt. So, hier auch nochmal alles schön in die Luft jagen. Zack. Das ist dann auch hier machen. Aber natürlich aufpassen auf den Kollegen. Nicht, dass wir ihn jetzt auch noch runterschießen. Das wäre nicht unser Ziel. Zack. So. Da rennt immer noch welche rum. Also immer weiter alles in die Luft jagen. Das kriegen wir hin. Also an Zerstörer sollte es keine Probleme geben. Ich glaube, das kann ich am allerbesten. Ja. Zack. Der hätte uns treffen können. Ja, der hat uns ganz schön erwischt. Ich habe nach dem Kurs noch ein negatives 30 Millimeter. Ich wiederhole, kein Gifflitz. Wie ist der Gifflitz? Hab immer noch aktive Ziele auf dem Wagen. Die ist doll im Umbruch gespürbar, aber angesichts der Ziele, denen es eine stand ist, zur Basis zurückzukehren. Vorsteller? Ihr Gifflitz funktioniert ja noch. Wie wird es mit Handwerk hier lassen? Das ist eine Training-Siebung, aber die Ziele sind entdeckt. Es ist einfach. Ich mag diese Ziele wie diese Ziele. Wichtig ist nur, dass Sie sie beim ersten Versuch verrichten. Ich habe kaum noch Treibstoff. Verstanden. 1-1, Wechsel zu Tels. Waren zu der Kursierung. Verstanden. Wechsel zu Tels. 06, ich habe ein Ziel. Mail grüßen. 1-1, wiederhalten. Das ist ein Mörsverzug. Holen wir Sie uns. Roger. Melde mich von Tels 8. 06, haben nur noch ein Triebwerk. B tiefer. 1-1, wenn vier Rotor greifen hinter Ihnen, suchen Sie nach Ziel. Los geht's. Tiele 11 Uhr. Oben auf dem Kamm. Schon nah für Herrn Freyers. H3, Handfeuerland mit Lassenabfahrzeug. 06, wir ändern die Höhe. Machen die Tiele aus. 1-2, ich markiere Sie für Sie. Mail grüßen. Widerhalten. Helfer einsetzen. 1-2, ist los. 1-2, ich markiere Sie. Perfekt. Das ging Ihnen sogar sehr, sehr gut. Aha, hier eine Rakete. Die nächste. Zack. Die ist schon mal abgefeuert. Ah, das ist jetzt auch schon fertig. 1-1, wir machen noch kein Angriff. Das ist ja gar nicht so schwer. Die Gegner haben in dem Fall gar keine andere Möglichkeit sich nur zu wehren oder so. Das ist sehr, sehr gut. 1-1, Roger. 1-2, ein Bezug. Aha, da ist schonmal so ein Lager. 1-2, wir müssen Kieger gehen. 1-1, Roger. 1-2, ein Bezug. So und jetzt einfach wieder alles zerstören. da können wir jetzt noch nicht ganz alles zerstören aber schon mal wenigstens die leute also die gegner töten sondern von hier auch gleich mal aufmerksam machen dass wir da sind schießen kannst du immer dann immer super die rakete dazu hier oben sind auch noch leute kommt da auch eine rakete drauf so schnell geht es den einen hat komplett weggeschleudert alles unterbombardieren das auch gar keine mehr überleben kann hier nochmal durch dann laufen nämlich noch mal zwei jetzt kann ich das hier komplett zerstören schon mal sehr gut so noch mal wegen schön zu bomben dass er auch wirklich alle tot sind aber das sollte normalerweise passen so wo ist das nächste ziel aha da kommen noch mal leute sagt 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 ich glaube ich weiß nicht ob ich da jetzt so viele getroffen habe ich glaube nämlich das war eher ein fehler von mir zack 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 die sind hinüber so hier das nächste lager auch wieder alles komplett zu bomben mörser stelle oder kaputt machen machen wir erstmal hier rakete rein aber das können wir trotzdem schon mal beschießen dass die wissen hallo wir sind da sagt schon mal komplett töten hier laufen nämlich noch welche so kann ich da jetzt zwar bloß ob es sich hier die rakete rein machen kann und dann passt das nämlich sogar haben wir nämlich das auch abgeschlossen die rakete schließe ich schon rein bloß es bringt irgendwie nichts da oben war nämlich nur einer habe ich jetzt auch erst gesehen so jetzt wird er markiert perfekt jetzt schön die granate rein und zack und so schnell geht es alles erledigt jetzt Badruh-Mission ausgeführt. Gunfighter 1-1 hat es ziemlich erwischt. Gunfighter 6, roger. Wart mal, Gunfighter 1-1. Ankunft beim Fort in etwa 12 Minuten. Rettungskräfte bereit halten. Gunfighter 1-1, 12 Minuten, roger. Sie werden schon erwartet. Wir fliegen direkt zum Fort. Luftlinie. Von nur keine Einwände. Halt den Ball. Wassenaussfall, drehe Licht an. Das waren wir nicht. Ihr habt kein Geschütz. Jemand an der Zoom. Das war ein verdammt guter Schuss. Hat uns den Arsch gerettet. Kann man wohl sagen.